Wie gut ist die Payback Visa Flex Plus Kreditkarte? Kann man mit ihr wirklich bei Kartenzahlungen Geld verdienen? Welche Vorteile und Nachteile hat sie und wie gut sind ihre Konditionen? In diesem Video beantworten wir diese und weitere Fragen und zeigen dir außerdem, wie du die Kreditkarte nutzt, um das Maximum herauszuholen. Am Ende sagen wir dir, wie du noch sehr viel mehr Payback-Punkte für deine Zahlungen erhalten kannst. Bleib also bis zum Ende dran! Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Die Payback Visa Flex Plus Kreditkarte wird in Zusammenarbeit mit der BW Bank ausgegeben und bietet dir, wie der Name schon verrät, eine Payback-Funktion. Legen wir los. Was du mit Payback-Punkten machen kannst. Die Punkte, die du mit ihr sammelst, kannst du auf verschiedene Arten einlösen. 1. In Bargeld auszahlen lassen. Auf Wunsch kannst du deine Payback-Punkte auszahlen lassen. Dabei kannst du wählen, wie viele deiner gesammelten Punkte als Geldbetrag auf dein Konto überwiesen werden. Für je 100 Punkte bekommst du dabei einen Euro. 2. Gegen Prämien tauschen. Payback bietet in seinem Prämienshop eine Vielzahl an Produkten aus allen Kategorien. Dabei handelt es sich immer um Markenware, wie WMF, Sennheiser, JBL, Sony, Adidas, Apple, Lenovo und viele weitere. 3. Gegen Einkaufsgutscheine eintauschen. Wenn du unter den Prämien nicht das Richtige findest, stehen dir auch zahlreiche Einkaufsgutscheine, zum Beispiel von Douglas, Ikea, H&M, Thalia, Chibo, Ernstings Family oder Adidas zur Auswahl. Die Gutscheine erhältst du innerhalb von 24 Stunden in dein E-Mail-Postfach. So musst du nicht lange warten. 4. Gegen Flugmeilen tauschen. Du bist Vierflieger? Dann kannst du deine Payback-Punkte im Verhältnis 1 zu 1 in Meilen für das Meisten-Mob-Programm der Lufthansa tauschen. Mit den Meilen kannst du dann zum Beispiel Freiflüge bei der Lufthansa, Partner Airlines und den Fluggesellschaften der Star Alliance buchen. Insgesamt sind es 40 Airlines, bei denen du deine Meilen gegen Flüge einlösen kannst. Außerdem sind auch Übernachtungen in zahlreichen Hotels mit Meilen bezahlbar. Wenn du Punkte ausschließlich für Meilen sammeln möchtest, kannst du das Meilen-Abo abschließen. Damit wird dein Payback-Punktestand zweimal im Jahr automatisch in Prämien-Meilen umgewandelt, sofern dein Kontostand jeweils mindestens 200 Payback-Punkte beträgt. 5. Mit Payback-Punkten bezahlen. Bei einigen der Payback-Partnern kannst du auch mit deinen Punkten bezahlen. Das ist möglich bei Aral, DM Drogeriemarkt, Real, Apollo Optik, WMF, Thalia, Fressnapf, Depot, Döner, Tegeschwendner, Jysk, Burger King, den Telekom-Shops, Haar-Hotels, Holab, Linder-Apotheken und deine Apotheke. Unser Tipp, wenn du deine Payback-Kreditkarte zum Sammeln von Punkten nutzt, solltest du die gesammelten Punkte nicht in Einkaufsgutscheine umtauschen oder zum Bezahlen an der Kasse nutzen. Hier macht der Einsatz der Karte, um zusätzliche Punkte zu sammeln und die Auszahlung der Punkte als Geldbetrag oder der Tausch in Meils & Moor-Meilen mehr Sinn. Die 7 Vorteile der Payback Visa Flex Plus Kreditkarte Vorteil Nummer 1. Du erhältst zusätzliche Payback-Punkte. Mit der Payback Flex Plus Kreditkarte erhältst du für jeden Einkauf bei einem Payback-Partner die regulären Punkte. Darüber hinaus bekommst du für je 5 Euro Umsatz einen weiteren Payback-Punkt. Das geht sogar noch etwas besser. Wie das geht, werden wir dir gleich noch zeigen. Bleib also dran. Vorteil Nummer 2. Du bekommst auch bei Zahlungen bei Nicht-Payback-Partnern-Punkte. Mit der Visa Flex Plus Kreditkarte sammelst du nicht nur für Zahlungen bei Payback-Partnern-Punkte, sondern bei allen Händlern, Dienstleistern und Restaurants. Vorteil Nummer 3. Du kannst weltweit kostenlos Geld abheben und bezahlen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du ohne Auslandseinsatz oder Fremdwährungsgebühren weltweit an allen Visa-Automaten Geld abheben kannst. Beachte aber, dass Geldautomatenbetreiber eigene Gebühren erheben können, die nicht erstattet werden. Der Automat zeigt sie aber vorab an, sodass du immer entscheiden kannst. Auch Kartenzahlungen sind weltweit kostenlos. Vorteil Nummer 4. Deine Punkte verfallen nicht mehr. Normalerweise verfallen nicht eingelöste Payback-Punkte nach 36 Monaten und werden dann im jeweiligen Jahr am 30. September vom Kartenkonto gelöscht. Mit der Payback Visa Flex Plus sind deine Punkte dagegen unbegrenzt gültig, solange du weiterhin am Payback-Programm teilnimmst. Nur wenn du über einen Zeitraum von drei Jahren keine neuen Payback-Punkte mehr sammelst, verfallen sie auch trotz der Kreditkarte. Vorteil Nummer 5. Du kannst kontaktlos bezahlen. Zu den weiteren Vorteilen zählt die Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen von Beträgen bis zu 50 Euro ohne PIN-Eingabe. Einfach die Karte vor das Lesegerät halten und fertig. Bei Beträgen über 50 Euro wird deine PIN abgefragt. Vorteil Nummer 6. Mobiles Bezahlen ist möglich. Wenn du mit deinem Smartphone bezahlen möchtest, bietet dir die Visa Flex Plus Kreditkarte die kostenlose Nutzung von Apple Pay. Hier wird deine PIN auch bei höheren Beträgen nicht benötigt. Für Sicherheit sorgt in dem Fall die Touch-ID, Face-ID oder dein Handy-Code. Vorteil Nummer 7. Willkommensbonus für Neukunden. Für die Beantragung der Kreditkarte erhältst du einen Willkommensbonus. Die Gutschrift erfolgt in Form von Payback-Punkten auf dein Punktekonto. Wie viele Punkte du für die Beantragung der Karte im Moment erhältst, erfährst du unter dem Link in der Beschreibung. Die Nachteile der Payback Visa Flex Plus Kreditkarte. Nachteil Nummer 1. Nicht dauerhaft kostenlos. Die Visa Flex Plus Kreditkarte ist im ersten Jahr kostenlos. Im zweiten Jahr fallen 18 Euro Jahresgebühren. Gleich bei den Alternativen und unter dem Video zeigen wir dir noch eine andere Payback-Kreditkarte, die dauerhaft kostenlos ist und bei der du auch mehr als doppelt so viele Punkte für deine Kartenzahlungen erhältst. Nachteil Nummer 2. Das Umsatz-Punkte-Verhältnis ist relativ schlecht. Für einen Payback-Punkt sind 5 Euro nötig. Bei der Alternative, die wir dir gleich vorstellen, erhältst du schon für 2 Euro einen Payback-Punkt. Dazu kommt, dass es immer volle 5 Euro sein müssen. Bei 9 Euro erhältst du mit Visa Flex Plus also nur einen Payback-Punkt, während es mit der alternativen Kreditkarte 4 Punkte, also das Vierfache wären. Nachteil Nummer 3. Hohe Zinsen bei Teilzahlung. Die Karte kommt mit voreingestellter Teilzahlungsfunktion durch die Sollzinsen anfallen. Eine Vollzahlung per Lastschrift, um die Zinsen zu vermeiden, ist nicht möglich. Du musst also den Saldo per Überweisung ausgleichen und das immer bevor die Abrechnung am 8. jeden Monat erstellt wird. Einzahlungen, die nach der Rechnungsstellung eingehen, werden nicht berücksichtigt. Nachteil Nummer 4. Mobil bezahlen nur mit dem iPhone oder Apple Watch möglich. Für das Bezahlen mit dem Smartphone oder einer Smartwatch steht dir aktuell nur Apple Pay zur Verfügung. Google Pay wird derzeit nicht angeboten. Nachteil Nummer 5. Keine kostenlose Partnerkarte. Leider ist keine Partnerkarte erhältlich. Daher kann man nicht gemeinsam für ein Payback-Punktekonto sammeln. Die Vorteile und Nachteile der Visa Flex Plus Payback-Karte noch einmal kurz zusammengefasst. Die Vorteile Du erhältst zusätzliche Payback-Punkte. Du bekommst auch bei Zahlungen bei Nicht-Payback-Partnern Punkte. Du kannst weltweit kostenlos Geld abheben und bezahlen. Deine Punkte verfallen nicht mehr. Du kannst kontaktlos bezahlen. Du kannst mobil bezahlen. Und es gibt einen Willkommensbonus für Neukunden. Die Nachteile Nicht dauerhaft kostenlos. Es gibt keine kostenlose Partnerkarte. Das Umsatz-Punkte-Verhältnis ist relativ schlecht. Die Zinsen bei der Teilzahlung sind relativ hoch. Und mobiles Bezahlen ist nur mit Apple-Geräten möglich. Lohnt sich die Payback Visa Flex Plus Kreditkarte? Und welche Alternativen gibt es? Mit der Visa Flex Plus Kreditkarte sammelst Du beim Bezahlen immer Payback-Punkte. Auch bei Nicht-Payback-Partnern. Und erhältst zusätzlich auch die regulären Punkte. Für den Einsatz in Deutschland empfehlen wir Dir allerdings eher die American Express Payback-Kreditkarte, da Du hier schon für 2 Euro Umsatz einen Payback-Punkt erhältst. Und nicht erst bei 5 Euro. Im Gegensatz zur Payback Visa Flex Plus ist die American Express Payback-Kreditkarte dauerhaft kostenlos. So kannst Du Dir die 18 Euro, die bei der Visa-Karte ab dem zweiten Jahr anfallen, ganz einfach sparen. Außerdem ist bei American Express eine Partnerkarte kostenlos bestellbar, sodass man auch gemeinsam Payback-Punkte auf ein Konto sammeln kann. Die Amex-Karte wird zudem bequem per Lastschrift ausgeglichen, sodass hier keine Sollzinsen anfallen können. Mittlerweile wird Amex nicht nur in vielen Geschäften und Online-Shops, sondern praktisch auch bei allen Supermärkten und Discountern wie Lidl oder Aldi akzeptiert, so dass Du sie auch für Deinen Wocheneinkauf nutzen kannst. Einen Link zur American Express Payback-Kreditkarte findest Du ebenfalls in der Beschreibung. Wir hoffen, Dir hat das Video zur Payback-Visa-Karte gefallen. Wenn ja, freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch. Hast Du noch Fragen zur Karte oder Anregungen für weitere Videos? Dann schreib uns in den Kommentaren. Und wenn Du neu hier bist, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.